Der neue Diamond 1 MAG mit dem MAGPoint Grip 2.0 und der MAGPoint Strap 2.0 in Flame Orange. Durch einen einfachen Druck auf diesen orangen Knopf öffnet sich der Griff und die Schlaufe kann vom Griff getrennt werden. Wenn man wieder einsteigen will, wird die Schlaufe in den Griff gesteckt. Durch das Drücken dieses Elements ist die Schlaufe wieder fix mit dem Griff verbunden. Dieses Modell wird einen 10% Carbon Schaft bekommen, im oberen Bereich in Navy Blue und im unteren Bereich in Flame Orange. Für dieses Modell gibt es auch unser Soft Touch Finish. Im unteren Bereich jetzt das XC 11mm Basket in Asphalt Grey. Der neue Diamond 1 MAG. 1-800-Gipfel 2-800-Gipfel 3-800-Gipfel